Eine Fußball-WM mitten in der Wüste… tja, genau das werden wir 2022 in Katar erleben. Es gibt immer mehr Kritik, insbesondere wegen des Debakels bei der Leichtathletik-WM. Ein leeres Stadion, gelangweilte Fans, brutale Hitze und dadurch Top-Athleten kurz vor dem Kollaps. Trotzdem, bei der FIFA redet man weiter alles schön. Der Sicherheitschef Helmut Spahn meint, die Fußball-WM in Katar sei eine historische Chance und, Zitat, die Katarichs sind schon auf einem Weg, sich zu öffnen. Sorry, als ich das gelesen hab, musste ich lachen, denn diese Aussage ist völliger Blödsinn und genau das werde ich euch hier im Video beweisen. Außerdem reden wir über die großen Probleme, die es wegen der Winter-WM geben wird. Das alles… jetzt! Falls euch das Thema Leichtathletik-WM in Katar interessiert, Walulis hat ein Top-Video dazu gemacht, oben im i ist das verlinkt. Ich will mich jetzt komplett auf den Fußball konzentrieren. Und da direkt die Frage an euch, wie findet ihr's, dass die WM 2022 in Katar stattfindet? Ab mit euren Meinungen unten in die Kommentare. Eine Sache ist wohl offensichtlich. Bei der Vergabe hat keiner darauf geachtet, was das Beste für die Sportler ist. Lange Zeit hieß es, die WM soll im Sommer stattfinden. Das bestätigte auch Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter im Jahr 2013, Zitat. Vermutlich, ich betone, findet die WM im Juni, Juli statt. Das ist keine Muss-Formulierung, sondern eine Kann-Formulierung. Da stand schon, das dürfen wir nicht vergessen, über 2 Jahre fest, dass Katar die WM bekommt. Aber dann ist irgendwann doch der FIFA aufgefallen. Oh, in Katar ist es ganz schön heiß. Dass 41 Grad im Schatten, dazu ne hohe Luftfeuchtigkeit, das wäre absoluter Wahnsinn. Da hilft es auch nix, die Stadien zu kühlen, immerhin müssen ja die Spieler irgendwo trainieren. Und das wäre dann nicht gekühlt. Wie katastrophal die Hitze für jemanden ist, der das nicht gewöhnt ist, hat Mario Basler erzählt. Er kickte am Ende seiner Karriere ein Jahr lang in Katar, Zitat. Die Hitze ist unerträglich, vor allem wenn du in den ersten Wochen da bist. Genau das zeigt doch, bei der WM hätte keiner genug Zeit gehabt, um sich an das Klima zu gewöhnen. Deshalb wurde ja mittlerweile auch die Weltmeisterschaft auf den Spätherbst verschoben. Sie findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember statt. Da sind die Temperaturen deutlich angenehmer, im November maximal 29,5 Grad, im Dezember nur 24,1 Grad. Das Kühlen des Stadions ist auch nicht nötig. Viele Top-Teams fliegen ja im Winter extra nach Doha, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Unter anderem auch der FC Bayern. Tja, über die Beziehung zwischen dem FC Bayern und Katar gibt's ein eigenes Video. Oben im i ist das verlinkt. Die Sache ist, nicht das Wetter ist mittlerweile das Problem, sondern der Gastgeber an sich. Und das ist nun mal Katar. Das Land verstößt gegen den FIFA-Ethik-Kodex. Die Beratungsagentur Cornerstone Global Associates hat aufgedeckt, dass Katar auf dem besten Wege ist, Fans zu diskriminieren. Seit Juni 2019 dürfen Menschen aus Israel kein Visa mehr beantragen. Auch Leute zum Beispiel aus Ägypten haben da große Probleme. Man wolle, so heißt es, keine Feinde bei sich haben. Schuld daran ist die Politik. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain werfen dem Emirat vor, Terroristen zu unterstützen und deshalb gibt es politisch da große Probleme. Jetzt stellt euch einfach mal vor, rein theoretisch, Israel und Ägypten qualifizieren sich für die WM 2022. Keine Frage, die Teams dürften anreisen und spielen, aber… wie sieht es mit den Fans aus? Aktuell wäre es für sie nicht möglich, die Nationalmannschaft zu unterstützen, das wäre ein Skandal. Auch bei Homosexuellen gibt's große Probleme. Im Gesetzbuch von Katar steht in Paragraph 258, bis zu sieben Jahre muss jemand ins Gefängnis, sollte er öffentlich zeigen, schwul oder lesbisch zu sein. 1996 wurde sogar ein US-Amerikaner verurteilt, 6 Monate Haft und 90 Peitschniebe. Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter meinte deshalb mal im Spaß, mei, dann sollen halt Homosexuelle während der Weltmeisterschaft keinen Sex haben. Eine skandalöse Aussage. Ähnliche Worte gab's aber noch von den Kataris. Zum Beispiel, Schwule dürfen gerne nach Katar kommen, aber nur, solange sie nicht zeigen, dass sie schwul sind. Jetzt mal ehrlich, sieht so ne Annäherung von Katar aus, was die FIFA aktuell behauptet? Nee, ganz im Gegenteil. Katar fordert von uns Respekt für die konservative Kultur. Und zwar mit dem Zitat, wir wollen zeigen, dass wir gastfreundliche Menschen sind, aber umgekehrt erwarten wir, dass die Zuschauer unsere Normen, unsere Kultur und unsere Gesetze respektieren. Da geht's auch um etwas ganz Banales, was aber für viele Fußball-Fans super wichtig ist. Und zwar Alkohol. In Katar ist Alkohol quasi verboten. Man braucht ne Lizenz, um ihn trinken zu dürfen. Dazu meinte Mario Basler, Zitat, Du darfst in der Öffentlichkeit nichts trinken, nur zu Hause. Wenn du auf der Straße was trinkst, wirst du sofort eingesperrt. Ja, während der WM soll es Alkohol geben, aber… nicht überall. Nur an ausgewählten Plätzen darf man ihn trinken bzw. kaufen, so wie zum Beispiel der Fanzone. Vielleicht auch im Stadion, wobei… das steht noch nicht so ganz fest. Und Alkohol wird verdammt teuer sein. Es gibt eine sogenannte Sünden-Steuer, die gilt unter anderem auch für Energydrinks, Zigaretten und Schweinefleisch. Die Produkte werden dadurch doppelt so teuer wie sonst. Ein Bier kostet zum Beispiel 11 Euro, ein Glas Wein sogar 22 Euro. Das ist noch teurer als auf dem Münchner Oktoberfest. Das heißt schon was. Die WM wird also für viele ne einzige Katastrophe und… sie stellt die komplette Fußball-Welt auf den Kopf. Die Winter-WM sorgt beim Terminplan für große Konsequenzen. Es heißt, mehr als 50 Ligen sind davon betroffen. Punkt 1. Die Sommerpause müsste 2022 deutlich kürzer sein. Oft reden wir ja über die Belastung der Spieler. Sie hätten so deutlich weniger Zeit sich zu erholen. Die neue Saison wird wohl spätestens im Juli starten und die Hinrunde im Oktober zu Ende sein. Denn es gibt ne FIFA-Regel, in der es heißt… 25 Tage vor dem Turnier muss der Verein jeden Nationalspieler abstellen. Da startet die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Die Rückrunde beginnt wohl erst im Februar, also später als sonst. Ne positive Sache hat DFL-Sprecher Ansgar Schwenken bestätigt, und zwar auf die Saison davor und danach wird die WM in Katar keine merklichen Auswirkungen haben. Ne Finale-Entscheidung gibt's im Herbst 2021. Größere Konsequenzen könnte es für die anderen großen Ligen geben, die eben keine Winterpause haben. Vor allem England. Da wird die Saison wohl direkt nach dem Turnier weitergehen. Das Ziel ist, am Boxing Day, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag zu spielen. Die Tradition gibt's seit 1966 und logisch ist, nur wegen ner Wüsten-WM will man darauf eigentlich nicht verzichten. Ein paar Tage vorher, also am 4. Advent ist das Finale der WM, sprich, die Spieler bekommen keine Pause, beziehungsweise keinen Urlaub. Oft reden wir auch hier von der großen Belastung, und dieses Turnier treibt das alles auf die Spitze. Bringen wir's auf den Punkt. Die WM 2022 ist der Höhepunkt der Kommerzialisierung. Es gibt dort keine Fußballkultur, keine Fankultur, und für Katar ist das Turnier nur Mittel zum Zweck. Es soll das eigene Image aufpolieren. Die Folge ist, alles wird wahrscheinlich sehr steril wirken. Wobei, eine Sache könnte ganz interessant sein. Es wird die WM der kurzen Wege. Maximal 70 Kilometer liegen zwischen den Stadien. Du brauchst also quasi nur ein Hotelzimmer und kannst bis zu 3 Spiele pro Tag besuchen. Mit der U-Bahn soll die Fahrt sehr schnell gehen. Das heißt, alle Fans sind auf einem Fleck, ähnlich wie bei Olympia. Die Frage ist nur, wie viele Fans werden überhaupt da sein? Da geb ich jetzt mal die Frage an euch weiter. Wollt ihr nach Katar? Oben im i ist ne Umfrage, macht da gerne mal mit. Ich will, und so ehrlich muss ich sein, auf keinen Fall dorthin, weil auf dem Boden Blut der Arbeiter klebt. Immer wieder sterben auf den Baustellen der WM Menschen. Falls euch interessiert, wie katastrophal aktuell die Bedingungen dort sind, schaut euch gerne mal Sport Insight an. Auch das Video ist oben im i verlinkt. Sportlich rüstet Katar auf, man will unbedingt konkurrenzfähig sein. Anfang des Jahres wurde man Asienmeister, das ist der größte Erfolg in der Fußballgeschichte des Emirats. Wie Katar die eigenen Fußball ausbildet, hab ich in nem anderen Video erklärt, hier ist es jetzt für euch verlinkt. Die FIFA redet dieses Turnier in der Wüste schön. Es sei eine große Chance, aber in Wahrheit sollte es ein Warnschuss sein. So etwas darf es nie wieder geben.